Hi, und herzlich willkommen zurück. Neue Folge, neues Glück, deswegen fangen wir mit Weyre an. Gott, das ist so f***. Warum hast du den Mann gesehen? Was war das? Ich habe nicht gesagt, dass es einfach passiert, okay? Wo warst du mit einer Warnung? Ich? Bist du das jetzt auf mich? Ich habe nicht den Mann gesehen. Ich war zu Angst, dass die Mannschaft von uns auf uns holen. Scheiße! Mann, hilf sie uns zu holen! Wer gibt diese Scheiße? Hör auf, Betty! Hier, Mann, schießt! Äh, ja, okay, kräftige Säule. Und, oh Gott, die Steuerung ist komisch, aber wenn du schießt, Mann, schießt doch! Geh! Oh, fuck up! Ey, ich kann mich nicht die... Guck mal, Mann, die du gehst, was du gehst? Die sind nach hinten? Wyatt? Ich bin da oder nicht? Komm mal! Wyatt, warte noch mehr mit mir. Ich sehe nichts. Wäre du sicher? Die Mannschaft nicht nur aufgenommen. Ich sehe nichts. Hier, hier, ich werde mit dir. Das ist keine gute Idee, glaube ich. Ich nehme an, das macht Sinn. Ja, das macht Sinn, Wyatt. Gott, ich kann nicht glauben, dass wir in dieser Scheibe sind. Keine Ahnung, bitte. Diese Straße ist wirklich straight. Wir werden gut. At least schlau dich. Was? F*** nicht! Hast du den einen Manns Augen gesehen, Mann? Er ist f***ig gorkt. Ich will nicht diesen Mann in meiner Leben, Wyatt. Alter, du bist voller Blut von diesem Typen. Alter, du bist in diesem Manns Blut. Ich weiß, Wyatt. Mein Schirm ist so. Es ist, wie... Ich... Warum haben sie nichts gesagt? Der Mann hat einen Scheiß da rausgenommen. Das ist alles, was sie hatten. Ich bin sicher, dass es ein Einfluss war. Ich bin nicht. Ich wünschte, dass ich es war, aber... Ich bin... Oww. Lass, Wyatt. All ich weiß ist, dass sie mich eher... ...jackt, wie ich auf der Speed hatte. Ich war einfach auf der Hölle, kennst du? Ich bin nur auf der Hölle. Und ich war immer, dass er der Manns bawbren, nach dem Hinblick auf seinen Kopf kommen. Sorry, Mann. Danke für's rausholen. Äh, erzähl mir nichts von deinem Schwann. Äh, erzähl mir nichts von deinem Schwann. Warum nicht? Okay, lass Tom Cruise raus. Wirklich? Wirklich? Wir sehen, ob es noch etwas Sticky in der Glovebox gibt. Ah, Frontscheibe. Oh mein Gott, was? Was? Shut up. Ein Rückspiel. Ich kann nichts von da draußen sehen. Wer mit du sprachst? Du? Oh. Was hast du gesagt? Das ist ein Radio. Erinnerst du, als T.J. war hoch und versucht, eine Pancake in die CD-Player zu legen? Nein. Und das andere. Ich sehe nichts. Mann, es ist da drin, schau dir stärker. Ich sehe es nicht. Was ich sehe, ist das Ammo, die du letzte Woche verloren hast. Oh mein Gott! Wirklich? Aber ist es da kein Weid? Du weißt, eine Minute habe ich mit dieser Mädchen, nicht wahr? Abigail. Du erinnerst dich? Und sie hat mir gesagt, dass... Als sie fünf Jahre alt war, ich denke, dass ihr Vater sie aus der Circus-Side-Side-Side-Side-Side-Side-Side-Side-Side-Side-Side-Side-Side-Side. Holy shit, Alter! Ich bin ein Tier jetzt überwollt! Holy shit, Dude! Holy shit! Hast du einen Blick bekommen? Ich denke, das war ein Mann! Wyatt? Komm mal, Mann, sag was! War das ein Mann oder nicht? Was? Die... Die fucking Fog! Das ist nicht so fucked, Mann! H-Dinnen... Es war nicht... Mensch... Alive... Whatever... Wirklich? Wirklich? Ich meine, wirklich? Schau mir in die Augen und sag das! Du hast mich verstanden... Du hast es nicht den Hörselst du, Eddy. Mal sagen wir, ob etwas in der ganzen Ruhigung ist. Was das, was uns sagen kann, oder andere was sagen kann. Damit können wir nur überraschieren. Aber ich bin nicht verletzter, wenn wir einen Menschenrechte, Mann nicht. Ich bin einfach... nicht. Mann, nicht runniert! Ich kann's durch die Kräste. Das da, ein Stück Stoff. Das da. Ein Kaputter Spiegel. Was haben wir im Handschuhfach? Ich kann nicht aus hier. Ich kann nicht aus hier. Was haben wir im Handschuhfach? Ich bin ehrlich gesagt, du denkst, dass ein Stück von diesem Mann es in die Klappkopf gebracht hat. Ich weiß nicht. Ich gehe da nicht raus. Schau. Wyatt. Es war ein Mann. Bist du sicher? Ja. Wie sicher? Beide sicher. Nicht für Sex trinkbar. Ich bin sicher. Jesus. Also was machen wir? Was meinst du, was machen wir? Wir gehen raus. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ich gehe aus diesem Auto. Vergiss es. Was, wenn das du bist, Mann? Nach all dieser Scheiße, die in den letzten paar Monaten passiert hat. Ja? Ja? Scheiße. Okay. Hier. Wir holen den Schrauben und Schrauben. Hast du völlig den Verstand verdorben? Bist du wirklich ernsthaft? Nein. Komm schon. Sitzung hier macht mich nervös. Okay, dann spielen wir halt. Ich kann nicht glauben, dass ich dieses Scheiße mache. Mann, zwei Sekunden. Es ist vorbei. Okay, zwei aus drei, oder? Okay. Sicher. 1, 2, 3, go. Äh, Stein. Okay, okay. Okay. 1, 3, 3, go. Fuck. Ich wusste, du würdest eine Rock wählen. Du hast immer eine Rock wählen, Mann. Das ist dumm. Okay, Mann. Das ist es. Shit. 1, 2, 3, go. Go. Fuck. Fuck. What are the chances of that? Okay. 1, 2, 3, go. Fuck. Damn, Mann. Die Schrauben. Son of a bitch. Alright. Ich hab's. Sei sehr undig, Mann. Da ist ein Schuh. Der müffelt wahrscheinlich schon. Komm, schau an. Schuh. Du kannst wissen, ob es ein Blondor ist oder nicht. Da ist der Spiegel. Das Ding ist gecheckt. Kann ich es nehmen? Nein, Mann. Du musst schnell aufhören, Mann. Es wäre ein tolles Backpack, wenn du mir erzählst, ob dein Ehrer ist oder nicht. Okay, ich glaube, ich werde einfach mit mir zu sprechen, weil das Sinn macht. Was ist denn so lange dauert? Ruhig! Da ist noch mehr Blut. Oh, da liegt er. Hey Mann, bist du okay? Äh. Wenn du ein Mann bist, dann will ich dich nicht schreien. Woher bist du? Bitte, sag mal etwas, Herr... Oh, Scheiße. Bist du okay? Herr, Sieh? Können Sie mich hören? Sieht, wie er ziemlich weg ist. Scheiße, Mann, bist du okay? Hör mir raus! Was auch immer passiert, ich lasse dich nicht in einer dieser Dinge, Mann. Vertraue mir, Albert. Ja, das ist wahrscheinlich nicht zu helfen. Sorry. Okay, ähm... Komm, wir nehmen ihn mit. Ah, fuck it. All right, let's get your ass to the car. Jetzt schieße ich den mal schnell. Und weiterziehen. Na komm. So geht's nicht. Na komm, weiter, weiter, weiter. Und Hedger. Und weiterziehen. Los. Zieh. Zieh, Junge. Mach was für dein Geld. Zieh. Da ist noch einer. Und Hedger. Komm. So weit war das doch nicht. Komm, na komm. Oh oh. Hedger. Den kann ich noch nicht erschießen. Oh oh oh, jetzt soll ich aber lieber... Oh. So. Zieh, 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 Zieh. Oh oh. Wir sind nicht von vorhin. Nein. F***. Hedger. Komm, helf mir, Mann. Hedger. Hedger. Komm, helf mir, Mann. Hedger. Ich bin in Probleme. Komm, helf mir. 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 Komm. Wir haben einfach angefangen. Ja, hat er uns eine Woche alleine gelassen? Äh, ja, cool. Nee. Okay, dann fehlt nur noch Vince und den seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.